Barbara Schöneberger steht schon seit Jahren im Rampenlicht. Die Moderatorin weiß ganz genau, wie das Showgeschäft funktioniert und was von ihr erwartet wird. Und auch mit den negativen Seiten des Ruhms kennt sie sich nur allzu gut aus. In ihrem Podcast mit den Waffeln einer Frau erklärte Barbara nun, welche abstrusen Schlagzeilen sie schon über sich gelesen hat. Viele davon betreffen vor allem ihr Liebesleben, denn über die Jahre wurden ihr immer wieder Verhältnisse mit ihren männlichen Kollegen unterstellt. In der aktuellen Folge beschreibt Barbara nun eindrücklich, welche Folgen das hatte und welcher Promi deshalb erst kürzlich bei einer Veranstaltung mit ihr sogar zu einer drastischen Maßnahme griff. Günther Jauch verweigerte Foto mit Barbara Schöneberger In der neuesten Folge ihres Podcasts hat Barbara Kai Pflaume zu Gast. Die beiden unterhalten sich darüber, wie ihre Kleiderschränke sortiert sind. Kai stellt fest, das klingt jetzt so, als hättest du meinen Kleiderschrank schon einmal gesehen. Als Barbara daraufhin anmerkt, man könne das so ein bisschen im Nebulösen lassen kommen die beiden darauf zu sprechen, dass ihnen noch nie eine Affäre miteinander unterstellt wurde. Dabei ist das etwas, das Barbara mit ihren männlichen Kollegen durchaus öfter passiert. Ich bin ja auch die ganze Zeit mit Roland Kaiser und Günther Jauch zugange. Ich habe gar keine Zeit für dich, Kai, scherzt sie in Anlehnung an entsprechende Schlagzeilen. Auch an Beatrice Egli habe sie sich demnach schon Range macht. Keiner ist ja sicher vor mir, sagt Barbara. Doch was die Moderatorin hier so humorvoll rüberbringt, hat für sie tatsächlich ganz reale Konsequenzen. Und wie die aussehen können, erzählt sie gleich selbst. Sie berichtete davon, dass Günther Jauch kürzlich bei ihr in der Sendung gewesen sei. Als sie dann mit ihm und seiner Frau gesprochen habe, kam es zu einer kuriosen Situation. Barbara sagt, dann kamen Fotografen und er ist sofort raus und sagte, nein, 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 hier bitte kein Bild. Ich sehe doch schon die Überschrift. Die große Aussprache oder was soll er nur tun? Er liebt sie beide. Schönebergers Mann im Konkurrenzkampf? Was die Schlagzeilen besonders absurd macht, Barbara ist seit 2009 verheiratet. Und über ihren Mann hat sie dann prompt auch noch eine witzige Geschichte parat. Denn dem hat sie kürzlich erzählt, dass Kai Pflaume Klimmzüge macht. Ihr Mann sei ziemlich sportlich und habe sich prompt erkundigt, wie viele Klimmzüge Kai denn schaffen würde. Und ich sagte, momentan schafft er zehn, erzählt Barbara. Dann fährt sie fort. Und dann ist er neben mir aufgestanden, an ein Geländer von seiner Hütte gesprungen und hat sich zehnmal hochgezogen. Der mögliche Vergleich mit Kai hat ihn also offensichtlich angespornt. Und dann hat er mich gefragt, wie findest du deinen Bürohengst? verrät Barbara anschließend noch. Ihr Mann, Maximilian von Schierstedt, ist nämlich IT-Unternehmer und als solcher offenbar viel im Büro tätig. Mit seiner Aktion wollte er wohl beweisen, dass er in Sachen Fitness trotzdem mit Kai mithalten kann. Und dann hat er mich gefragt, wie viele Klimmzüge Kai.